Willkommen zum Affinity Photo Crash Kurs auf dem iPad. In diesem Video wollen wir alle wichtigen Themen und Funktionen durchgehen, so dass du anschließend in der Lage bist, deine eigenen Bilder in Affinity Photo zu bearbeiten. Viel Spaß mit dem Video. Dieses Video wird präsentiert von meinem kompletten Affinity Photo Kurs für das iPad. In diesem mehrständigen Kurs lernst du wirklich alle wichtigen Funktionen von Affinity Photo, angefangen bei den wichtigen Grundlagen über alle Werkzeuge bis hin zum Erstellen von vielen verschiedenen interessanten Bildeffekten. Link zum Kurs ist in der Beschreibung. So, wenn wir Affinity Photo auf unserem iPad öffnen, dann landen wir erstmal auf diesem Startbildschirm hier. Von hier aus sehen wir alle unsere angefangenen Projekte, können diese anklicken, um an diesen weiterzuarbeiten. Oder wir können von hier aus natürlich dann auch neue Projekte erstellen und das funktioniert oben auf dem Plus. Wenn wir da drauf tippen, kommen wir in dieses Fenster hier rein, wo wir entweder ein neues Dokument erstellen können, das wäre auf diesem Feld hier, oder wir starten direkt mit einem eigenen Bild aus unseren Dateien, das wir dann direkt hier rüber öffnen können. Öffnen wir mal ein neues Dokument auf diesem Feld. Hier können wir die Dokumentform wählen. Hier gibt es einige passende Voreinstellungen zu verschiedenen Geräten. Hier finden wir, wie auch auf der PC-Version, zum Beispiel die Web-Voreinstellung mit einem 16 zu 9 Format. Oder man findet hier zum Beispiel auch viele Gerätevorlagen, die man dann hier oben anwählt und dann hier unten die einzelnen Geräte aufgelistet sieht. Zum Beispiel verschiedene iPad-Versionen und ähnliches. Ja, hier hat man eine ganze Menge zur Auswahl. Ich belasse es aber mal bei dieser klassischen Voreinstellung, die dann auch so ungefähr mit dem Gerätebildschirm übereinstimmt. Und wir stellen das Projekt dann unten über OK und dadurch öffnet sich dann erstmal eine weiße Leinwand. So, wenn wir uns jetzt hier im Projekt befinden, dann schauen wir uns als erstes mal die Benutzeroberfläche an. Und hier ist es so, dass wir in der linken Leiste unsere Werkzeugleiste haben. In der rechten Leiste finden wir unsere ganzen Studios und in der oberen Leiste finden wir die Personas sowie einige klassische Funktionen, die man am PC jetzt oben unter Datei und Ähnlichem finden würde. Einen guten Überblick über die Benutzeroberfläche bekommt man hier im iPad, wenn man einfach mal unten rechts auf dieses Fragezeichen hier drauf drückt und da drauf gedrückt hält. Denn dann werden alle Symbole, die man hier sieht, direkt beschriftet und man kann sich auf jeden Fall schon mal ein Bild von deren Funktionen machen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr hilfreiche Funktion an der Stelle. Gehen wir dann gleich zum nächsten Punkt über und das wäre, wie wir ein Bild in ein Projekt einfügen können. Also wenn wir nicht direkt mit einem Bild starten, sondern eben wie hier zum Beispiel mit dieser weißen Leinwand und wir wollen jetzt ein Bild einfügen. Dann gibt es oben in der Leiste das Symbol mit diesen drei Punkten hier. Wenn wir da drauf drücken, dann gibt es hier den Punkt Platzieren und wenn wir da drauf drücken, dann können wir entweder aus unseren Fotos oder aus dem Cloud-Speicher ein Bild auswählen und das hier im Projekt öffnen. Und das mache ich mal. Ich klicke mal auf, aufs Fotos platzieren und suche ein Bild heraus. So, wenn wir ein Bild ausgewählt haben und das geladen ist, dann wird das auch hier ganz kurz angezeigt. Um dieses Bild jetzt zu öffnen, müssen wir nämlich auf dem Bildschirm gedrückt halten an irgendeiner Stelle und dann über dem Bildschirm drüber ziehen, um dieses Bild dann überhaupt erstmal zu öffnen. Eingefügte Bilder oder auch sonstige Objekte in unserem Projekt können wir natürlich, wie auch auf dem Computer, mit dem Verschieben-Werkzeug dann verschieben und anpassen. Das wäre das Werkzeug hier in der linken Leiste. Wenn das angewählt ist, dann können wir hier alles freihand bewegen, können es über die Eckpunkte hier vergrößern und verkleinern. Über die seitlichen Punkte würden sie sich verzerren lassen. Genauso natürlich auch oben. Wir können die Bilder natürlich auch drehen. Das wäre dann über diesen kleinen Kreis hier oben. Wenn wir den greifen und bewegen, können wir das Bild drehen. Kommen wir an der Stelle auch gleich ein bisschen zu der Gestensteuerung, denn sehr interessant wäre jetzt sofort, wie wir die bisherigen Schritte wieder rückgängig machen können. Denn das Bild habe ich jetzt ein bisschen verzerrt und da schauen wir uns an, wie wir das rückgängig machen können. Es gibt natürlich auch auf dem iPad hier ein Protokoll. Das finden wir in der rechten Leiste, hier ganz unten, dieses Symbol. Da sehen wir unsere letzten Schritte, die wir entweder hier direkt anklicken können oder wir ziehen einfach diesen Regler hier vor und zurück, womit wir unsere Schritte rückgängig machen können. Wir können aber auf dem iPad zusätzlich auch mit der Gestensteuerung arbeiten und einfach den letzten Schritt rückgängig machen, indem wir mit zwei Fingern gleichzeitig auf den Bildschirm tippen. Das mache ich hier einfach. Diesen Schritt kann man dann ein paar Mal wiederholen und so auch die letzten Schritte wieder zurückspringen. Das an der Stelle auch sehr praktisch, einfach mit den Fingern. Das gleiche funktioniert übrigens auch mit drei Fingern. Damit können wir den letzten Schritt einfach wiederholen, also mit drei Fingern drauf tippen und wir springen praktisch wieder vorwärts. Ich mache es wieder rückgängig und das wäre auch schon so das Wichtigste zur Gestensteuerung. Schauen wir uns noch ein, zwei weitere Funktionen an. Natürlich, das Zoom funktioniert ganz klassisch, wie man das kennt auf einem Touch-Display und relativ wichtig wäre vielleicht an der Stelle noch, dass wir, wenn wir Bilder drehen, dann können wir das Ganze auch in perfekten 15 Grad Schritten drehen, damit wir zum Beispiel genau 90 Grad erreichen können. Und das funktioniert, indem wir einfach noch einen zusätzlichen Finger auf dem Bildschirm ablegen und dann weiter drehen. Denn dann sehen wir, können wir hier in perfekten 15 Grad Schritten das Bild drehen und so eben auch genau 0 Grad oder 90 Grad erreichen, je nachdem, was man natürlich machen möchte. So gehen wir ein bisschen auf die Werkzeugleiste ein, auf der linken Seite. Hier ist es so, wenn wir ein Werkzeug auswählen, ich nehme zum Beispiel mal dieses Rechteckwerkzeug hier unten, dann haben wir zu jedem Werkzeug immer unten unsere Einstellleiste mit den dazugehörigen Einstellungen zu diesem Werkzeug eben. Das wäre eben im Fall von diesem Rechteck hier, dass wir hier verschiedene Formen auswählen können, entweder mit runden Ecken oder mit geraden Ecken. Und die Werkzeuge benutzen wir dann natürlich auch direkt, wenn wir dann einfach über den Bildschirm drüber fahren, so öffnet sich dann hier ein Rechteck. Und das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Werkzeuge, zum Beispiel der Zeichenstift hier oben drüber. Auch zudem öffnet sich dann unten wieder eine Einstellleiste. Diese Einstellleisten unterscheiden sich natürlich von Werkzeug zu Werkzeug. Je nachdem finden wir hier immer unterschiedliche Funktionen. Wichtig zu den Werkzeugen zu erwähnen ist natürlich noch, dass wir bei einigen Werkzeugen so ein kleines Dreieck mit dabei finden. Und bei diesen Werkzeugen, da können wir einfach zweimal draufdrücken, denn dann öffnet sich hier nochmal so ein zusätzliches Fenster. Und wir kriegen dann die Werkzeuge angezeigt, die sich praktisch noch darunter befinden. Das sind in manchen Fällen sehr viele, wie man hier sieht, zum Beispiel die ganzen Formenwerkzeuge. Aber auch bei anderen Werkzeugen versteckt sich da jeweils noch eine ganze Menge darunter. Das wäre hier noch wichtig zu wissen. So, dann gehen wir einmal über zu den Ebenen. Die Ebenen finden wir hier auf dem iPad in der rechten Leiste und zwar auf diesem Symbol hier, das zweite von oben. Die Ebenen funktionieren natürlich ganz klassisch, wie auch in allen anderen Bildprogrammen, so, dass immer die obere Ebene die untere verdeckt. Das wäre in diesem Fall jetzt natürlich, dass dieses Rechteck hier mein Bild verdeckt. Wenn ich dieses Rechteck jetzt in die untere Ebene verschiebe, unter mein Bild mit der Stadt zum Beispiel, dann würde natürlich dieses Rechteck auch von dem Bild verdeckt werden. Befindet sich jetzt hinten dran. Hier können wir es wieder sehen. So funktionieren die Ebenen im Grunde. Wir können den Haken bei den Ebenen rausnehmen, der sich hier nebendran befindet, um die Ebene auszublenden. Und wir können Ebenen löschen, indem wir sie anwählen und dann hier auf den Papierkorb klicken. So löschen wir Ebenen. Und wir finden noch einige weitere Funktionen zu den Ebenen, indem wir eine Ebene anklicken und dann auf das Symbol hier mit den drei Punkten klicken. Da können wir dann noch ein paar Sachen dazu einstellen, wie zum Beispiel die Deckkraft einer Ebene heruntersetzen. Oder auch den Mischmodus einstellen. Das, wie gesagt, finden wir in diesem Fenster. Die Ebenenoption, da kommen wir wieder raus über diesen kleinen Pfeil da oben. Dann sind wir hier wieder in dem normalen Fenster drin. Und dann natürlich noch wichtig zu wissen, eine neue, leere Pixel-Ebene fügen wir ein über das Plus-Symbol. Da einfach draufklicken. Dann gibt es hier die verschiedenen Ebenen, Arten zur Auswahl. Eben eine Pixel-Ebene, Füllungsebene oder auch die Maskierungsebenen hier unten. Das finden wir alles hier unter diesem Plus-Symbol. Und so könnten wir eben zum Beispiel eine leere Pixel-Ebene hier rüber einfügen. Die dann so ganz in den Hintergrund setzen. Und so eine Pixel-Ebene dann einfach zum Beispiel mit dem Farbeimer aus der linken Leiste, Bereiche Füllen-Werkzeug nennt sich das, diese Hintergrund-Ebene jetzt einfärben. Dazu wähle ich einmal hier das Farbstudio aus, wähle einen Farbton und klicke einfach auf die weiße Fläche und schon ist diese dann eingefärbt. Genau, so viel zu den Ebenen an der Stelle. Dann schauen wir mal weiter, wie wir hier in Affinity Photo Bereiche ausschneiden können, Dinge freistellen können aus unseren Bildern. Und um das zu tun, würde ich hier einmal kurz alles rückgängig machen und ein passenderes Bild auswählen, das wir gut freistellen können. Dazu öffne ich jetzt das Protokoll rechts unten, schiebe den Regler einmal ganz nach links, damit mein Bild wieder leer ist und füge diesmal ein anderes Bild ein. Dazu klicke ich wieder oben auf das Symbol mit den drei Punkten, dann auf Platzieren und dann auf Aus Fotos platzieren. So, ich habe hier jetzt mal ein Bild geladen, das öffne ich wieder, indem ich auf den Bildschirm gedrückt halte und über den Bildschirm drüber ziehe. So habe ich jetzt einmal dieses Bild hier mit dem Becher geöffnet und wir schauen uns jetzt an, wie wir hier diesen Becher freistellen können. Das ist hier ein bisschen besonders in Affinity Photo auf dem iPad und zwar gibt es hier zum Ausschneiden eine eigene Persona. Die finden wir oben in der Leiste, das wäre diese hier, direkt neben der Fotopersona. Und hier haben wir dann in der linken Leiste, das sehen wir schon, ganz andere Werkzeuge zur Auswahl. Das sind eben alles Werkzeuge, um Bereiche zu markieren und diese dann ausschneiden zu können. Und hier finden wir dann zum Beispiel auch unseren Auswahlpinsel, beziehungsweise das Pinselwerkzeug für eine Smart-Auswahl nennt sich das. Und auch zu diesem Werkzeug haben wir dann unten wieder untere Einstellleiste. Hier können wir die Pinselbreite einstellen. Wir können den Hinzufügen oder Subtrahiermodus anwählen. Zum Markieren müssen wir jetzt einfach darauf achten, dass Hinzufügen ausgewählt ist und an Kanten ausrichten hier aktiv ist. Und dann können wir mit der entsprechenden Pinselbreite einfach hier unser Objekt einmal komplett markieren. Das funktioniert hier dann auch wieder ziemlich gut. Und im Endeffekt genauso, wie man es dann auch vom PC kennt, wenn man mit der PC-Version bereits vertraut sein sollte. Genau, und so habe ich hier einmal jetzt ganz grob den Becher markiert. Hier können wir dann die kleinen Stellen noch ein bisschen ausbessern. Und hier den Strohhalm, den können wir dann auch markieren, indem wir die Pinselbreite entsprechend anpassen. Einmal hier drüber fahren, dann ist der auch direkt komplett markiert. Und so einfach haben wir hier schon eine Markierung getroffen. Und wenn wir eine Auswahl getroffen haben, die uns dann gefällt, dann gibt es unten den Punkt Verfeinern in der Einstellleiste. Den finden wir hier ganz rechts. Und wenn wir da drauf tippen, dann wird uns unsere Markierung praktisch nochmal separat dargestellt. Der Hintergrund ist jetzt rot gefärbt. Wir können nochmal sehen, ob wir damit zufrieden sind. Und wenn das der Fall ist, dann können wir hier unter dem Punkt Ausgabe unten auswählen, ob wir das Ganze als Maske oder als neue Ebene freistellen wollen. Ich wähle hier mal die Maske aus, drücke dann auf Anwenden. Und damit haben wir unseren Becher auch schon freigestellt. Und wie man sieht, funktioniert das hier eben auch ziemlich einfach und schnell. So, ich habe jetzt erneut das Bild mit der Stadt hier geöffnet, damit wir uns jetzt noch ein paar der Studios in der rechten Leiste anschauen können. Und zwar wollen wir uns als nächstes das Studio für die Anpassungen anschauen. Wir finden unsere Anpassungen in der rechten Leiste unter diesem Symbol hier. Wenn wir das einmal öffnen, dann kriegen wir hier immer schon so ein Vorschaubild angezeigt, was die jeweilige Funktion zu bieten hat, sage ich mal. Und hier finden wir eben alle Einstellmöglichkeiten, um unser Bild einfach farblich anzupassen. Wir finden hier Belichtungshelligkeit, Kontrasteinstellungen, aber eben auch die Gradationskurven oder selektive Farbkorrektur, um unser Bild, wie gesagt, wirklich farblich zu bearbeiten. Und hier wähle ich jetzt zum Beispiel mal die Gradationskurven aus. Wenn wir die öffnen, dann haben wir ebenfalls wieder unten unsere Einstellleiste zur Verfügung. Hier könnten wir jetzt unter Kanäle, die sind momentan auf Master gestellt. Damit können wir das ganze Bild jetzt einfach aufhellen und dunkler machen, indem wir dieses quadratische Symbol hier öffnen und diese Linie einfach nach unten oder nach oben ziehen. Da sehen wir, können wir das Ganze in Sachen Helligkeit anpassen. Wenn wir die Kanäle dann mal wechseln, hier zum Beispiel auf die roten Farbtöne, dann können wir eben nur die roten Töne bearbeiten und diese entweder im Bild verstärken oder aus dem Bild rausnehmen, je nachdem, was man hier natürlich machen möchte. Ich verstärke die mal so ein bisschen. Und dann können wir hier weitergehen auf die grünen Farbtöne. Die können wir dann ebenfalls wieder entweder verstärken oder aus dem Bild rausnehmen, was ich hier mal mache. Und zum Schluss noch die blauen Töne bearbeiten. Diese würde ich hier ebenfalls aus dem Bild herausnehmen. Und so bekommen wir dann so einen orangenen Look für das Bild. Haben damit das Bild farblich hier komplett verändert, wie man sieht. Und so funktionieren eben diese Anpassungen. Wichtig zu erwähnen ist, dass zu jeder Anpassung auch immer eine Anpassungsebene entsteht. Das sieht man hier jetzt in den Ebenen. Und auch hier ist es wieder so, dass alles, was sich unter dieser Anpassungsebene befindet, wird auch von der Einstellung betroffen. Also wenn sich hier jetzt mehrere Bilder im Projekt befinden und die befinden sich alle in der Reihenfolge unter dieser Anpassungsebene, dann werden alle Bilder dementsprechend hier so diesen orangenen Farbton erhalten. Das ist hier noch wichtig zu verstehen. So, schauen wir uns dann noch die Filter an. Wir finden die Filter direkt unter dem Studio für die Anpassungen. Das wäre dieses Fenster hier. Und auch hier kriegen wir wieder so ein Vorschaubild angezeigt, was diese ganzen Filter können. Auch das wieder gibt uns einfach einen sehr hilfreichen Hinweis darauf, was wir hier überhaupt für Funktionen zur Auswahl haben. Bei den Filtern ist gleich mal zu sagen, hier entsteht keine eigene Ebene. Hier können wir einfach dann die Einstellungen direkt treffen. Und ich will mal zum Beispiel die Gauss-Shirt-Unschärfe aus. Hier ist es dann genauso, dass wir unten wieder die Einstellleiste haben. Hier können wir jetzt zum Beispiel über den Radius eben diesen Unschärfe-Effekt hier verstärken oder vermindern. Ja, also auch hier wieder zu jedem dieser Filter kriegen wir unten die Einstellleiste. Und über diese ganzen Punkte lassen sich diese Filter dann eben entsprechend anpassen. Je nachdem, was man hier natürlich machen möchte. Das denke ich wäre dann auch mal hier so das Wichtigste zu diesen Studios. Schauen wir uns jetzt noch an, wie wir ein Bild exportieren können. Dazu wollen wir das Bild erstmal vorher noch zuschneiden. Wir finden nämlich auch in der linken Leiste unser Zuschneide-Werkzeug. Mit dem können wir das Bild jetzt anpassen. Denn wir wollten jetzt zum Beispiel nicht diese weiße Fläche mit exportieren. Dementsprechend können wir einfach hier im Zuschneiden-Modus das Ganze so anpassen, wie wir haben möchten. Es gibt unten den Modus Uneingeschränkt oder Originalverhältnis. Das heißt also, will man das Original-Seiten-Verhältnis beibehalten. Oder uneingeschränkt diese Seiten hier bewegen können, wie man möchte. Und wenn man hier eine Einstellung getroffen hat, dann können wir hier auf Anwenden drücken. Dann ist das Bild zugeschnitten. Und das können wir jetzt natürlich wieder als Bilddatei abspeichern, indem wir es exportieren. Und das funktioniert, indem wir dieses Symbol hier oben anwählen mit diesem Dokumentsymbol. Hier gibt es dann den Punkt Export. Und unter Export können wir oben in der Leiste die ganzen verschiedenen Dateiformate auswählen. Hier gibt es natürlich das klassische JPEG-Format, aber auch Formate wie zum Beispiel PSD. Hier wird praktisch das ganze Projekt mit abgespeichert und wir könnten es dann auch auf dem PC wieder öffnen und dort in Affinity Photo an dem Bild weiterarbeiten. Das hier auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Ansonsten aber wie gesagt, hier als klassisches Bild im JPEG-Format können wir das abspeichern. Wir können hier einen Dateiname eingeben und das entweder in den Dateien sichern oder indem wir auf Teilen drücken, das Ganze direkt verschicken, in der Cloud abspeichern oder eben unter Bild sichern in den Fotos auf dem iPad abspeichern. Das wären hier unter Export so die wichtigsten Funktionen. Und damit war das, denke ich, auch so das Wichtigste zum Einstieg hier in Affinity Photo auf dem iPad zu diesem kleinen Crashkurs. Ich hoffe, dass dir das Ganze ein bisschen weitergeholfen hat. Und falls du mehr Interesse an Affinity Photo hast, schau gerne mal in die Videobeschreibung, da ist der komplette Affinity Photo iPad Kurs verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder in einem meiner nächsten Videos.